Ich hätte doch diese scheiß Halterung mitnehmen sollen. Ich habe erst noch überlegt, dann dachte ich mir, die nehmen sich im Stadionstück ab, weil ich hier aufs Feld schmeiße. Auf jeden Fall ist der Mann ein Supporter. Was ein Großloser. Auch so ruhig, Timo. Wie dem auch sei, wir sind auf dem Weg nach München. Erster Stopp ist gleich Hannover, so in zwei Stunden oder so. Kurz umsteigen, dann weiter nach München, 12 Uhr Ankunft und dann hoffen, dass ein bisschen besseres Wetter ist als angekündigt. Die haben nämlich gesagt 3 bis 7 Grad oder so. Das ist schon gottlos, aber wir schauen einfach, was es wird. Ja, natürlich habe ich jetzt gerade irgendwie zwei Minuten geredet oder so und es ist nicht aufgenommen worden. Also ich musste dieses Vlog-Ding noch ein bisschen üben. Beim letzten Mal, als wir hier waren, oder ich hier war, beim Champions League Final sind wir rausgeflogen in Villarreal. Das war eher weniger cool. Ansonsten ist der Stand gerade so, dass wir bei Burger King sitzen. Burger King, ein bisschen was zu stücken. Wir sind jetzt glaube ich beide seit 3 Uhr wach. Es knallt schon ordentlich rein, muss ich sagen. Jetzt bin ich in Hannover Bahnhof, noch knapp 4 Stunden Fahrt. Ne Quatsch mehr, 5 Stunden Fahrt. Gegen halb 1 sind wir in München. Da treffen wir uns mit zwei Freunden im Hofbrauhaus. Dann wird was getrunken, dann wird was gegessen. Dann werden wahrscheinlich schon die ersten Bayern-Fans auf dem Marienplatz sehen. Und genau, ich würde sagen, ich mache hier wieder einen Stopp, bis wir im Zug sind oder einmal durch den Bahnhof schwenken. Und genau, sehen wir uns später. Okay, wir laufen zu Gleis 10. Es ist super ungewohnt, einfach so irgendwie durch den öffentlichen Raum zu laufen, weil irgendwie hat man das Gefühl, dass einem die ganze Zeit Leute anguckt. Bist du links oder rechts? Da steht München nicht drauf. Leider kratzt, was soll ich hier jetzt sehen. Aber es ist auch extrem... Ach, Gleis 4 müssen wir. Hier sind wir angekommen. Ja, perfekt. Und so geht das halt die ganze Zeit. So müsst ihr euch das vorstellen. Wir sind jetzt seit 3 Uhr hoch. Haben uns dann jeweils gegenseitig so fertig gemacht. Und dann hat Timo mich abgeholt. Habt ihr sicher vorhin schon gesehen. Und seitdem sind wir halt unterwegs. Geht ein bisschen auf den Kopf. Aber sonst... Ja, eigentlich alles entspannt. Ey, Alter, das ist nicht dein Ernst, ne? Chat ist kracht. Chat? Ja, Chat vor allem, Digga. Das ist ein Bruch. Wie geht das denn? Ja. Ja, folgende Situation. Unser Zug nach München fällt einfach aus. Die Deutsche Bahn ist wieder verlassen. Bis wir jetzt eine Stunde später fahren. Bin auch gespannt, ob wir mit dem Ticket da durchkommen. Weil wir so ein komisches Sparpreis-Ding hatten. Die und die DB-Infofrau sagte halt, wir können. Aber... Oder ich bin euch ehrlich. Wir können krachen. Aber... Wir haben gerade ein paar Jungs getroffen. Die auch nach München fahren. Und die hatten Bier dabei. Ich hoffe, die gesellen sich gleich zu uns. Das ist ja nämlich ein gutes Ding gegen die... Nervigkeit, die man gerade hat. Weil das fuckt schon ziemlich ab. Ja, und das ist der aktuelle Standteil noch. Was ist das? Ja. Was ist denn ein Statement zur Deutschen Bahn? Ja. Zerfladen. Äh... Moin moin, meine aktiven Freunde. Aber der Wahnsinn setzt langsam ein. Wir sind jetzt seit... Also ich bin jetzt seit knapp... 24 oder 26 Stunden oder so wach. Hab die Nacht nicht gepennt, weil ich dachte... Oh, schaffst du ja locker. Kannst du im Zug pennen. Aber nix da. Die Züge sind gottlos unbequem. Naja, auf jeden Fall... Ist jetzt ungefähr die letzte Stunde angebrochen. Wir sind zu einer Stunde da. Wir haben uns über... So eine coole Essensretter-App. Äh... Zwei Miets. Drei, die gesaved. Die wir uns gleich abholen. In München können wir noch was essen. Dann treffen wir uns mit zwei anderen Ämtern noch in München. Im Hofbrauhaus. Wir trinken auch eben... Das ein oder andere Bierchen. Und dann geht's schon fast los. Zahlt jetzt. Ansonsten bleibt gespannt. Die Aussicht hier ist natürlich... Ne? Überragend. Also das ist schon echt nice. Da kann man nicht meckern. Gerade wenn man aus dem Norden kommt, da kennt man diese ganzen... Berge und sowas ja nicht. Und das ist der größte Berg. Der ist einfach fett. Das ist geil, wie fett der ist. Das zählt. Was? Wir wollen, dass Opa Meccano heute gegen Verteidiger spielt. Aber dann kracht's. Dann kracht's richtig. Schön gegen Sacker. Ja. Ich stümper Meccano wieder am Stand. Ein bisschen eine rote Karte. Auch Meccano. Wir sind tatsächlich in München. Wenn das jetzt nicht so kalt wäre, könnte man ja auch schön in Bayernsachen rumlaufen. Das ist in München. Das ist jetzt... Viertel von vier. Wir holen jetzt unser Essen ab. Bei irgendeinem Mercedes-Restaurant. Keine Ahnung, was das ist. Klingt voll wichtig. Influenza mäßig ist aber absolut gar nichts. Einfach nur von der App. Tuf. Wie heißt sie? Keine Ahnung. Ich verlinke euch das einfach. Aber wir sind auf jeden Fall da. Keine S-Bahn hier. Andere Seite. Da steht S4. Da. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennt. Aber da oben sind einfach diese... Wo ist das? Da oben sind diese Nägel. Die haben da einfach ein Nest drauf gebaut. München ist anders. Das ist einfach anders. Wo ich mit Wilco hier war. Meinst du, dass der mit mir S-Bahn gefahren ist? Ich sag die ganze Zeit, lass mit S-Bahn fahren. Nee, ich fahr nicht mit der Bahn. Das ist voll eh kennig. Was habt ihr denn gemacht? Uber oder was? Sie. Das ist schön. Ja, ja. Wir sind aber auch sehr früh, ne? Wenn wir unsere Tickets verkaufen, dann kommen wir morgen mit dem Zeug wieder zurück. Business Class. Auch einfach nicht sparen, so. Ja. Hattest du mich gar mal zum Boot-Räuber? Hattest du dann sogar VIP-Tickets? Ja. Da war ich mit Mama bei Tipico eingeladen. Stimmt. Da war noch was. Ein Zuschauer von mir hat die gewonnen. Ja. Und dann haben sie mich weitergegeben, weil er ein Ehrenmann ist. Kickface oder so war das. Grüße gehen raus an Leute, sag ich. Leverkusen. Zeck. Aber das ist ja auch scheiße Scheiße. Du bist immer ein aus Friesen in München. Ja, ja. Die haben einfach wieder keine Standgenehmigung oder so. Ich hole mir mal den Strike of YouTube ab. Ja, Mann. Ich bin so, weil ich recht hab. Warum darf er so? Lassst du euch das gefallen, oder? Sollen wir irgendwie in den Fliegen kaufen? Hey, moin. Du bist hier wie der Schale, oder? Hallo, willst du es noch? Nein, ey. Machen wir mal was auf dem Feld. Machen wir mal den. Moins. So, liebe Leute. Wir sind an der Allianz Arena angekommen. Ich zeig euch das Schmuckstück mal. Da ist es. Da hinten ist die Arena. Da haben wir die Toiletten. Es füllt sich langsam. Es füllt sich langsam. Also wir sind relativ früh. Wir haben es, glaube ich, jetzt. Wie spät haben wir es? Zehn nach sechs. Zehn nach sechs. In zweieinhalb Stunden ist Anpfiff. Was tippen wir? Was tippen wir? Ich tippe. 3-1 Bayern. Ich sag 4-1. Ich sag 4-1. Ich glaube, das kriegen wir wohin. Ja, und dann halt erstmal real, ne? Schätze ich mal. Wollen wir mal gucken, was es wird. Wir holen uns jetzt eine Bratwurst. Dann nehme ich euch noch mit. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich erst im Stadion wieder. Genau. Falls euch der ganze Scheiß gefällt. Amo da lassen. Folgen. Blablabla kommen. Okay. Doch nochmal ich. Mir ist gerade eingefallen. Das ist jetzt ja eigentlich mein dritter Vlog. Aber er ist der zweite, der veröffentlicht wird, weil einmal die Dateien zerschossen sind. Genau. Ihr könnt gerne mal mir den Gefallen tun und Kritik dalassen. Wünsche äußern, was vielleicht gefehlt hat in dem ganzen Vlog-Ding. Und ja, einfach irgendwie mal sagen, wie ihr es so fandet. Weil sonst hat man immer relativ wenig Kommentare, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob das normal ist oder nicht. Ist natürlich immer deutlich einfacher, wenn man weiß, woran man arbeiten sollte, kann, muss. Du hast hier Allianz Arena. Da hinten. Jetzt aber wirklich Schluss. Wie gesagt, Abo da lassen. Gerne. Kostet euch nichts. Tut euch nicht weh. Unterstützt mich enorm. Wir sind gerade dabei, auf die 100 Abonnenten zuzugehen. Das würde mich tierisch freuen. Ein erster kleiner Mini-Meilenstein. Und genau, darauf kann man aufbauen, glaube ich. Und falls ich aus der Puste bin, das liegt daran, dass dieser Scheiße hier einfach bergauf geht und ich dick bin. Also nicht wundern, warum ich ein bisschen aus der Puste klinge. Genau. Ansonsten viel Spaß zu dem weiteren Video. Wir gucken mal, dass wir jetzt das zuerst kriegen. Und sehen wir uns später. Guck mal, Mama, ich bin im Fernsehen. Mhhh. Ein Kamerat für so ein Start. Aber gleich wieder Atemzellkbrauch. Nee, das ist so.. Die Allianz Arena Oberrang, das ist respektlos. Wirklich, das ist mit Abstand respektloseste Stadion. Treppe aller Zeiten. Alla wieder. Und hier ist unsere Mannschaft, liebe Bayern. Und hier ist der deutsche Rekordmeister, hier ist der FC Bayern München. Und hier ist unsere Mannschaft, liebe Bayern. 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 Und hier ist unsere Mannschaft. Und hier ist unsere Mannschaft. Und hier ist unsere Mannschaft. Und hier ist unsere Mannschaft, liebe Bayern. Und hier ist unsere Mannschaft, liebe Bayern. Und hier ist unsere Mannschaft. Und hier ist unsere Mannschaft, liebe Bayern. Und hier ist unsere Mannschaft. Und hier ist unsere Mannschaft, liebe Und hier sind unsere Mannschaft, liebe Bayern. da, macht die Glocke an, lasst gerne Twitch-Follow da. Ich grüße eure Herzen, wir sehen uns spätestens nächste Woche in der neuen Reaction wieder und bis dahin.